Ich wache morgens auf und bekomme einen Schock! Acht Stunden arbeiten, darauf habe ich gar kein Bock! Also der Griff zum Telefon, ein kurzer Anruf reicht! Ich habe so Durchfall und kotzen muss ich gleich! Den ganzen Tag hab ich jetzt Zeit, was fang ich nur damit an? Krank geschrieben bedeutet, dass ich mich draußen nicht sehen lassen kann! Also öffne ich die Hose und geh ins Internet und habe dann erst mal vier Stunden mit mir selbst tollen Sex! Ich melde mich krank und dann spiel ich an mir rum! Ich bin ein Punk und ich bin nicht dumm! Ich melde mich krank und das war's! Nun Arbeit am Arsch! Dann trinke ich viel Kaffee und spritze mir Haschgift! Mir geht es gut, ich brauche sonst heut nichts! Danach plane ich die linksradikale Revolution! Transen, Bogenes, Gendern und Kassiere auch noch Lohn! Ich melde mich krank und dann spiel ich an mir rum! Ich bin ein Punk und ich bin nicht dumm! Ich melde mich krank und das war's! Lohnarbeit am Arsch!